Hallo und herzlich willkommen bei Gartenzeile. Wir stellen euch heute das Gardena Pipeline-System vor. Wir machen jetzt hier eine Installation mit insgesamt zwei Anschlussdosen und drei Wassersteckdosen. Später kann man das System noch um verschiedene Rasensprenger oder weitere Elemente erweitern. Wir wünschen viel Spaß bei diesem Video. Schauen wir als erstes also einmal in die Box rein und gucken, was drin ist. Es sind verschiedene Elemente zum Verbinden untereinander dabei und zum Anschließen des Wasseranschlusses sowie einmal die Anschlussdose, das ist die, wo das Wasser reinkommt und dann noch einmal zwei Wassersteckdosen, wo ich das Wasser später wieder nehmen kann. Und mein Plan war jetzt, dass ich dort erstmal zwei Anschlussdosen installiere, weil ich von verschiedenen Punkten aus das Wasser einspeisen möchte, weil ich mehrere Regentonnen und meinen ganz normalen Wasseranschluss zum Einspeisen nutzen möchte. Ob das geht, weiß ich nicht genau. Was war nicht dabei? Der Schlauch, den ich unterirdisch verlege, das ist ein 25 Millimeter Schlauch von Gardena, sowie der Anschlussschlauch. Und hier muss man aufpassen, dabei handelt es sich um den 19 Millimeter Schlauch und nicht um den normalen 16 Millimeter Schlauch. Das verlinke ich aber auch nochmal alles unter diesem Video. Betrachten wir zunächst aber einmal das Trümmerfeld, wo alles installiert werden soll. Hinten in der Ecke ist die Anschlussdose, die erste, wo die Fassade noch offen war. Dann geht es diesen ganzen Weg nach hinten. Dort in der Ecke soll die zweite Anschlussdose hin, weil hinter der roten Hütte eine Regentonne steht. Dann einmal quer rüber zur Schlauchbox, die wir schon vorgestellt haben. Verlinke ich auch nochmal. Eine Wassersteckdose. Eine Wassersteckdose zentral auf dem Grundstück. Und eine wiederum ganz hinten, wo jetzt die Bodenplatte zu sehen ist, wo später eine Terrasse hin soll. Also heißt es erstmal jede Menge Budde. Dazu muss ich wohl nichts sagen. Der Graben sollte ungefähr 30 Zentimeter tief sein. Bei den einzelnen Anschlusselementen soll eine Schotterschicht drunter gemacht werden. Also habe ich mir den Schlauch geschnappt, der etwas stürrisch war, muss man sagen. Es war an dem Tag auch ein bisschen kälter. Ich habe es dann gemerkt am zweiten Tag, wenn die Sonne auf den Schlauch drauf gestrahlt hat. Dann war dieser deutlich leichter zu bewegen. Ich habe zu Anfang auch den Schlauch von der Rolle genommen und versucht so auszubreiten. Das war kein guter Plan. Ich habe da verschiedene Knicks in den Schlauch reingemacht. Viel besser hat es nachher geklappt, als ich den Schlauch in die Hand genommen habe. Dann bin ich selbst entlang gegangen, bin dabei immer auf den Schlauch getreten und habe ihn dann am Ende auf die richtige Länge gekürzt und dann noch einfach liegen lassen und mit Stein beschwert, damit er sich erstmal ein bisschen entspannen kann. Es ist hier auch ganz gut zu erkennen, wie wellig der Schlauch eigentlich noch ist, weil er noch aufgerollt war, auf der anderen Seite nicht abgeschnitten war, weil ich so die Länge nicht richtig einsortieren konnte. Als ich ihn geschnitten hatte, hat er sich auch weitestgehend gut ausrollen lassen und ich habe ihn dann nach und nach mit Stein beschwert. Hier sieht man eine schöne Stelle, wo ich halt schlecht gearbeitet habe. Da hatte ich dann einen Knick drin. Zum Glück war es die tiefste Stelle, wo das Entwässerungssystem rein soll bzw. Entwässerungsventil. Das ist dafür da, damit das ganze System frostsicher ist. Es wird an der tiefsten Stelle eingesetzt und darunter kommt eine kleine Schotterschicht, damit das Wasser, was noch im Rohr drin ist, wenn ich das Wasser ausmache, dort entsprechend raus kann. Es ist in dem Set ein Ventil dabei. Ich habe zur Sicherheit aber insgesamt drei eingebaut. Ob man das machen sollte oder nicht, das bin ich mir nicht ganz sicher. Ich habe es an allen Querverbindungen noch mal gemacht, einfach um sicherzugehen, dass ich dort nicht zu viel Stagnationswasser drin habe. Hier zeige ich das System auch einmal, wie die Verbindungsstücke eigentlich alle funktionieren. Es wird aufgedreht, mit etwas Kraft dann der Schlauch eingesteckt bis zum Ende und einfach nur festgedreht. Das System ist wirklich super einfach und hat gut funktioniert. Ich habe mit zwei Lagen in der Drainageschicht gearbeitet. Ich habe unten etwas Kies hingemacht und darüber dann anschließend noch mal Drainage, Kieselsteine, mittelgroße. Das zeige ich gleich auch noch mal. Man sollte ungefähr 20 cm unter den Dosen haben, dann dort kann das Wasser dann deutlich besser versickern. Wenn ich dort jetzt wirklich nur den Mutterboden habe, dann könnte ich einfach Probleme bekommen, dass das Wasser nicht so schön nach unten absickern kann. Und so habe ich es dann auch entsprechend umgesetzt. Unterm Schlauch ist natürlich nicht notwendig, sondern nur bei den Anschlussdosen, bei den Wassersteckdosen und bei den Frostsicherheitsventilen. Jetzt montiere ich hier meine zweite Anschlussdose. Das ist immer zu erkennen, die mit dem orangenen Deckel. Das sind die Anschlussdosen und die Dosen mit dem grauen Deckel. Das sind die eigentlichen Wassersteckdosen. Es gibt verschiedenste Verbinder. Wenn man dort sich einmal umschaut, sollte man das vorher auch gut planen, wovon man wie viel braucht. Ich habe das bei Amazon gekauft. Das habe ich auch noch einmal verlinkt, aber musste dann unterwegs noch einmal beim Baumarkt auch anhalten, weil ich verschiedene Sachen vergessen hatte. Das ist jetzt so ein T-Stück entsprechend, wo ich eine Abzweigung später einbaue, die rübergehen soll zur Wandschlauchbox bzw. zur Gartenbox. Aber ich wollte es vorher erst einmal ausprobieren, ob es überhaupt funktioniert, wenn ich das System mit zwei Anschlussdosen laufen lasse, weil der Normalfall ist selbstverständlich, dass ich nur eine Anschlussdose habe und mehrere Wassersteckdosen. Dass das funktioniert, war für mich relativ klar, aber ob es auch mit mehreren Anschlussdosen funktionierte, wollte ich erstmal ausprobieren. Also habe ich mir erstmal das so weit hingebaut, dass ich meine beiden Anschlussdosen hatte. Eine vorne, eine hinten. Die sind ungefähr 25 Meter auseinander gewesen und dann zum Testen die Wassersteckdose, die ich jetzt provisorisch dort entsprechend hingestellt habe. Wenn ich nicht aufgepasst habe, das Anschlussset ist in 19 Millimeter. Das normale Gardena-Set hat immer 16 Millimeter und ich hatte nur einen normalen Schlauch da. Deswegen musste ich mir den eben noch besorgen. Aber dann konnte es losgehen. Ich habe das hinten an meiner Regentonne mit einer Pumpe angeschlossen und habe jetzt Druck draufgegeben und wollte erstmal gucken, ob vorne die Wassersteckdose funktioniert. Das war soweit auch alles gut. Es hat funktioniert. Es kam das Wasser so raus, wie ich wollte. War auch wirklich damit sehr zufrieden. Aber dann, im zweiten Versuch, wurde ich dann doch mal kurz auf den Boden zurückgeholt und das System funktioniert nicht so, wie ich mir es dachte. Ich kann nicht mehrere Anschlussdosen gleichzeitig laufen lassen. Ich hatte jetzt den Wasserdruck auf der anderen Seite gemacht, am Hausanschluss und es lief hier oben das Wasser raus. Aber ich habe mir einfach einen Schlauch genommen mit einem Anschluss dran und habe den hinten zugemacht. Also wenn ich die Dose blockiere, funktioniert alles. Das bedeutet für mich später, dass ich das genauso machen werde, aber dann immer entsprechend umstecken werde und einfach eine Dose blockiere. Ich weiß nicht, ob es so einen Normteil von Gardena gibt. Vielleicht wisst ihr das. Lass es mir in den Kommentaren da. Das ist jetzt mein zweiter Graben, den ich noch einmal rübergezogen habe. Final, da wo die Schlauchbox stand. Und da habe ich jetzt auch meine Drainage-Kieselsteine drunter gelegt. Kürze das Ganze wieder ein, so dass es passend ist. Ich war mal ein bisschen vorsichtig. Ich habe es immer einen Ticken zu lang gelassen, weil ich nicht genau wusste, wie weit ich das in die Anschlussteile reinschieben kann. War nicht schlimm, aber ich musste ein, zwei Mal nachschreiben. Ich habe es gemacht mit der Gartenschere. Das kann man machen. Ich glaube, eleganter wäre es mit einer Säge, denn dann verknickt das Ende nicht so ein bisschen. Ich konnte es aber ganz locker wieder hinterher biegen. Der Schlauch ist wirklich eher fest. Das hat die ganze Zeit so ein bisschen behindert beim Arbeiten, aber er wirkt dadurch natürlich sehr robust und es war wirklich so, dass es in der Sonne deutlich besser zu verarbeiten war. Und ich habe alles soweit an dem Tag alleine gelegt. Das war auch gut möglich, aber eine zweite Hälfte der Hand wäre schon gut. Wir haben immer mal wieder zwischendrin Druckdichtigkeitsprüfung gemacht. Einfach Wasser aufgedreht und geguckt, weil ab und zu war doch mal eine Verbindung undicht. Und das macht natürlich Sinn, das immer mal wieder zu kontrollieren. Aber einmal nachdrücken, wieder festdrehen und alles war gut. Da hat sich sicherlich nur etwas verkantet. Man sollte immer aufpassen, dass die Sachen sauber bleiben und nicht so viel Sand in Verbindung reinkommt. Dann klappt es einfach besser. Das ist die Dose, die mitten auf dem Grundstück ist. Hat auch gut geklappt. Dann noch ein Graben bei uns an der Terrasse. Und dann hatten wir schon alles so weit umgebuddelt, wie wir hier sehen können. Wir haben insgesamt 48 Meter Schlauch verteilt, das ganze Gartengrundstück einmal aufgemacht und nachher wieder zu. Hinten weiß ich jetzt auch, warum ich da so viel trockenen Rasen habe, weil da mal ein Pool stand und da haben die Leute, die da vorher gewohnt haben, einfach sehr, sehr viel Kies verteilt. Und da versickert das Wasser zu schnell. Da muss ich eh noch mal schauen, wie ich das Problem langfristig löse. Aber das ist wohl ein anderes Thema. Abschließend haben wir dann wieder alles zugemacht und es hat auch alles wirklich gut funktioniert. Ich bin mit dem System sehr zufrieden und ich bin froh, dass ich das jetzt früh gemacht habe. Aber für alle, die das jetzt schon einen bestehenden schöneren Rasen haben, dort wo ich nur die Grassoden abgestochen habe und das dort drunter gelegt habe, man hat es im Nachhinein gar nicht gesehen. Wenn ich dort jetzt ein bisschen Rasensamen verteilt hätte, fällt das gar nicht mehr auf. Das will ich nur sagen, weil man das System auch einfach gut nachrüsten kann. Und für mich ist das auch mein Fazit. Ich finde das System einfach sehr gut. Ich möchte mehrere Wasseranschlüsse im Garten haben, die auch frostsicher sind. Es macht einen guten Eindruck. Ich werde hier in einem Jahr noch mal ein Update geben nach dem nächsten Winter und dann sehen wir, ob es wirklich das gehalten hat, was es verspricht. Ich verlinke dir jetzt hier noch mal das Video von der Schlauchbox, was wir vorhin auch gesehen haben. Und lass mir doch gerne ein Abo da, dann verpasst du keines unserer weiteren Videos mehr. Und wirf doch auch mal einen Blick auf unsere Gartenmagazin unter www.gartenzeile.de. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.